Weiße Galeriewand. Wir dürfen nicht beim Abendessen zusehen, wie sich die Repression immer weiter ausbreitet, meint sie. Das Einzige, was ich als Künstlerin noch leisten kann, sind Hidden Run Performances, spontane, unangekündigte Aktionen gegen die Zensur. Zur Eröffnung hatte Gureli vor internationalem Publikum noch sehr schöne und geschmeidige Worte gefunden. Mut sei jetzt gefragt. Prompt überblendete die Künstlerin Eseit Köker in der Galerie Zilbermann das alte und das neue, im Kampf pulverisierte Aleppo in einem meterlangen historisierenden Wandgemälde. Inzwischen sitzen viele Galeristen und Künstler auf gepackten Koffern, man spürt die kalte Angst von Flucht und Exil, so als sei 1933 plötzlich zurück. Die Kreativen in der Türkei brauchen einen Plan B und jeder hat seinen schon in der Tasche. Der Chef der avantgardistischen Galerie X ist Dario Beshtgenessi, sagt, ich bin Jude, meine Familie lebt hier in Istanbul seit 1492. Doch jetzt überlege ich mir erstmals, das Land zu verlassen. Der 62-jährige Galerist Moïs Zilbermann, früher ein erfolgreicher Industrieunternehmer, hat vorsichtshalber im vergangenen Jahr schon einmal eine Dependance in Berlin eröffnet. In Istanbul beweist er gesellschaftskritisches Engagement, in Charlottenburg war zuletzt ein eher poetisches Bildergeflecht zu sehen, The Red Gaze. Die Kuratoren-Schule mit Bruckstein-Kourou hat dort orientalische und westliche Bildwelten in Berührung gebracht. Von so viel kuratorischer Intelligenz könnten sich die Macher des künftigen Humboldt-Forums, die noch die große Synthese suchen, eine Scheibe abschneiden. Ich bin Pessimist, aber ich glaube an die Dynamik der Türkei, sagt Moïs Zilbermann auf seiner Istanbuler Galerie-Couch. Logistisch rüstet man hinter den Kulissen schon auf. In diesem Jahr wird die Kunstmesse Contemporary Istanbul, zeitgleich mit der Istanbul Biennale, im September ausgetragen. Es soll dann eine Art Week geben, mit Biennale, Kunstmesse und Fannes sagen, sofern die Politik es zulässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017